Jenny wird heute das erste Mal unseren Sohn baden und ja, als allererstes durfte sie sich zwei Handtücher aus dem Schrank raussuchen, dafür hat sie sich dann für blau und weiß entschieden, dann zwei Waschlappen, einmal das kleine Äffchen und von Steif ein, dann hat sie sich noch einen Thermometer ausgesucht und ein Duschgel, dann ging es auch schon ab ins Badezimmer, dann hat sie sich erstmal alles bereitgelegt, die Badewanne ausgewaschen und die Temperatur gemessen. Mit ihrer Hand hat sie dann auch schon mal geschaut, ob das Wasser gut von der Temperatur her ist, dann noch ein Badekissen rein, ein Nestchen daneben gelegt, mit einem Handtuch ausgestattet, damit der kleine nicht friert, wenn man ihn raushebt, dann hat sie den kleinen hier Badewannen bereit gemacht, ihn ganz langsam in die Badewanne reingegeben und die Händchen schon mal schön sauber gemacht, dann ein bisschen die Haare gewaschen und dann hat sie ihn auch schon rausgeholt und eingecremt und fertig war er.